Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verabreden. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Verabredet. Verabredete. Hat verabredet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich verabrede. Du verabredest. Er verabredet. Wir verabreden. Ihr verabredet. Sie verabreden. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verabredete. Du verabredetest. Er verabredete. Wir verabredeten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verabredet. Du hast verabredet. Er hat verabredet. Wir haben verabredet. Ihr habt verabredet. Sie haben verabredet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verabrede. Du verabredest. Er verabrede. Wir verabreden. Ihr verabredet. Sie verabreden. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verabredete. Du verabredetest. Er verabredete. Wir verabredeten. Ihr verabredetet. Sie verabredeten. Den Schluss macht der Imperativ. Verabrede du. Verabreden wir. Verabredet ihr. Verabreden sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb verabreden. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.